Johnny Schwarzer! Erzähl doch mal einen Witz. Arbeitest du eigentlich an neuem Material? Hast du nicht eine Idee, was für so einen Typen wie mich cool wäre? Warum tust du das? Die Maske überziehen? Ich bin Batman. Schnipp. Ups. Plumsi plums. Du hast mir versprochen, mich zu pushen. Ich kann auch so auf keine Bühne gehen. Ich habe gesagt, gebt ihr nur einen kleinen Klaps. Mehr nicht. LKA Schmidt, mein Name. Worum geht's denn? Um die Steuer oder was? Trinken wir das Bild der Liebe, Charlie. Du verfluchter Bastard! Verstehst du? Ich bin kein echter Comedian mehr. Weißt du nicht so abgeranzte Gags, die jeder Hund in Saloniki kennt? Stand up, Charlie. Das war's mit dem Trip. Schande zum Beispiel. Schande zum Beispiel. Entschlecht. Von Barry.